Am 2. Februar 2012 war es endlich wieder soweit. Die führenden Vertreter der Logistik- und Nutzfahrzeugbranche trafen sich auf der Gala der Verkehrsunschau. Für ein stimmungsvolles Ambiente sorgte das GOP Varieté-Theater in der Maximilianstraße im Herzen Münchens. Auf die rund 260 Gäste rateten in diesem Jahr hochinteressante Gastredner, informative Gespräche und faszinierende Künstler. Und nicht zu vergessen der eigentliche Anlass der Gala. Wir werden heute die beliebtesten Marken vorstellen im Transport- und Logistikdienstleistungsbereich. Höhepunkt der Verkehrsunschau-Gala in diesem Jahr der Besuch von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer. Das hohe Renommee, dass die Verkehrsunschau als Fachzeitschrift sich in über 60 Jahren erarbeitet hat. Dieses Renommee, das kann man nicht hoch genug rühmen. Der Minister verlieh als Ehrengast der Verkehrsunschau-Gala in diesem Jahr die begehrten Image Awards und zeichnete die Sieger des auszubildenden Wettbewerbs Best Azubi aus. Bei Deutschlands größtem Wissenswettbewerb für angehende Speditions- und Logistik-Kaufleute siegte in diesem Jahr ein Auszubildender aus Brake an der Unterweser. Till Oliver Jahn von der Spedition LIT setzte sich gegen mehr als 1370 Wettbewerbs.